Oh shit hey, es ist der erste Januar 2024 und wir müssen ja heute wieder ganz viele Navy Seal Burpees machen um 12 Uhr nämlich so viele bis der erste 500 Stück geschafft hat und die Vorbereitung ist nicht optimal. Statt gestern rechtzeitig ins Bett zu gehen, haben wir uns zum Fachsimpeln getroffen und dann ist es ein bisschen ausgeartet. Wir haben sehr viel Alkohol getrunken und uns ganz viel über Analsex und Steroide unterhalten. Also bei mir ist gestern 3 Uhr geworden bis ich ins Bett gekommen bin und scheiße jetzt. Ich fühle mich an als wäre ich krank. Ich habe Halsschmerzen und so einen komischen Geschmack von Blut auf den Mandeln und ein Pickel hinterm Ohr und ich habe noch nichts gegessen und in eineinhalb Stunden geht es los. Scheiße, scheiße, scheiße. Das wird schlimm. Aber beruhigend, es wird für die anderen auch schlimm. Wie lange meinst du, dass du brauchst? Ich hoffe, dass ich unter zwei Stunden durch bin. Okay, und meinst du, dass es realistisch ist? Ich kann es nicht sagen. Ich habe gestern Silvester gefeiert. Stimmt, du hast viel getrunken, ne? Und hast du eine Strategie, eine bestimmte? Ja, ich werde nicht am Platz laufen. Du wirst nicht am Platz laufen? Ja. Hast du eine Strategie? Nein. Meine Strategie ist, ich habe meine Zeit in zehn Minuten Häppchen eingeteilt und werde dann quasi eine Laufzeitoptimierung machen. Ich werde alle zehn Minuten meine Strategie ändern und dann so nach einer halben, dreiviertel Stunde, je nachdem, werde ich hier abzeigen, in welcher die beste Strategie ist und die werde ich dann durchziehen. 500, ne, wie sie ist. In? 91 Minuten. Exakt. Nicht schlecht. Und du fühlst es sich an? Super. Und hast du was gelernt daraus? Nein. Ja, und wie ist es bei dir? 150. Und? Die Linke Schulter, die gerade Probleme macht, hat sich heftig beschwert und hat gesagt, sie bestraft mich mit einer Verletzung. Deswegen bin ich bei zwei Pro Minute geblieben und bin glücklich damit. Ja, ich habe eine Taktik gemacht und zwar habe ich 50 Navy SEAT Buffys gemacht, dann habe ich eine Getränkepause gemacht und ich habe dann immer 50 Stück weiter gedacht. Alle 50 Blöcken im Gehirn gedacht. Da ist es ein bisschen einfacher mir gefallen. Aber 50 sind ja auch schon eine Menge, oder? Ja, aber keine so eine monströöse Nummer wie 500. Das stimmt, ja. Wenn du 120 hast und dann die Aussagen hast, wie viele noch vor dir sind, das ist gerade eine tolle Wahl. Das stimmt. Ah ja, und dann hast du nur an die nächsten 50 gedacht. Ja, ich empfehle es glaube ich bei allen Übungen, wo man so ein großes Volumen fährt, dass man dann in anderen Gründen denken sollte.